Hallo liebe Kinder, heute aus dem Waschraum der Kita Hölderlinstraße. Im Moment müssen wir ja zu Hause bleiben und müssen ein paar Regeln beachten, nämlich richtig niesen und husten, damit sich niemand ansteckt, ein bisschen Abstand halten und was ganz wichtig ist, ist richtig Hände waschen. Und damit ihr seht, wie das richtig gehen kann und wo vielleicht auch die ganzen Coronaviren alle hängen, hat die Lisa was vorbereitet. Hallo Lisa! Hallo! Ah, ihr seht schon, ich bin ganz schön voll mit Glitzer. Und einfach, um meine Hände mal sauber zu kriegen, müssen wir wirklich richtig Hände waschen. Und das könnt ihr zu Hause ja auch mal ausprobieren. Und dann könnt ihr gut sehen, wie lange man wirklich Hände waschen muss, bis alles von der Hand runter ist. Jetzt mal auch gut Seife nimmt und wirklich alles erwischt, wo noch was dranhängt. Und mit der Seife und dem Wasser geht das richtig gut. So, dass auch kein Glitzer mehr dran ist. Und ihr seht schon, auch an dem Waschbecken, an dem Wasserhaut und an der Seife ist auch ganz schön viel Glitzer. Also auch das müssen wir wieder gut sauber machen und die Hände richtig antrocknen. Gut, viel Spaß zu Hause! Und dann führe ich mich dann ganz schön. Vielen Dank.